Kaufen wir uns lieber welche für etwas, dass es uns mehr Geld gibt. Ja, Marken kann man jetzt noch nicht vergleichen. 3 bis 16 und das 3 bis 21, da haben wir das Katana weg. Ach komm, ich bin sogar extra ein Stück weiter nach vorne gegangen. Aber jetzt. Ja. Das ist echt schlimm hier. So. Ich such mal bitte auf. Hallo, öffnen. Ja, geht doch. Du musst jetzt aber was nehmen, Mark. Oh, okay. So, jetzt schauen wir mal. Das war es nicht. Nein. 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 Ah, hier. Okay, wir können keine Potions mitnehmen. Egal, wir speichern trotzdem. Wie schaut es auch eigentlich auf der Karte aus? Jo. Bloß ein kleiner Geheimgang. Dann speichern wir wieder. Oh, ich habe gehofft, das hält noch. Aber dem war nicht so. Ach komm, das war jetzt eine Verarsche. Ja, wenigstens etwas. Gut, dann haben wir jetzt gleich unser Ziel erreicht. Unser erstes Speer-Stück haben wir ja mal wieder. Äh, muss das unbedingt so sein. Äh, muss das unbedingt so sein. So. Jetzt sicher noch mal einen Heiltrank tränken. Ja, okay. Scheiß drauf. Speichern. Äh, Glove. Ja, komm schon. Stirb, stirb, stirb. Passt. Ich glaube, der Trank gegen Feuer hat noch geholfen. Oh, die hatten beide nichts. Okay. Ja, das erste Stück vom Stab des Chaos ist unser. So, dann gehen wir wieder. Hier könnten wir eigentlich ausruhen. Ah ja. Ja. Okay. Okay. I know not the location of the great maze, which was called the Labyrinthian, but somewhere in its twisted corridors lies the second piece of the Staff of Chaos, Shaladar according to the old texts made his home in the Fortress of Ice. He would not have built the Labyrinthian far from his home. I would search to the north for such a place, I wish you well on your journey. First time he had Pech and now not. He jaged us also not yet. What was that? And then he had the position of the second Stab of Chaos called the second piece. That I didn't understand. So I didn't understand. So I didn't understand. So I didn't understand. Maybe it's one of you. A Minotaurus. Ah, the monsters will be spawned. Eine Mark. Nein. Nein. Komm. Wir lassen ein Potion liegen. Eine Mark ist mehr wertvoll. Können wir verkaufen. Und davon um uns wieder über zu viele Potions. So. Wo muss ich überhaupt lang? Ah. Ah. Ich muss. Oh. Da eben. Hätte ich rein müssen. Wo? Ah. Scheiß missfähig. Das. Ah. Echte. Okay. Einfach weiter. So muss ich hier raus. Ah. Ah. Jo. Gehen wir mal hier raus. Und dann müsste ich dort oben rein können. Oder? Wow. Und ich frag mich schon wo ich hängen geblieben bin. In der Spinne bin ich nicht weiter gekommen. Okay. Wo jetzt weiter? Geh einfach nur da weiter nach rechts. Einfach immer nur diesem Gang folgen. Das ist gut. Dass ich immer nur diesem Gang folgen muss. Und jetzt? Hm. Immer noch diesem Gang folgen. Okay. Äh. Muss ich jetzt hier raus? Jo. Oh. Oh. Hier muss ich raus. Gut. Da kommt jetzt wieder ein Skidett. Wusste ich doch. Nein. Ich will doch nicht sterben. Das hat's vollgebracht. Zur Sicherheit speichere ich mal. Und gleich sind wir draußen. Nein. Ja. Raus. 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 Okay. Wir müssen. Ich weiß nicht wo wir hin müssen. Gehen wir einfach mal nach Dragon Star. Schnelle Reise. So. Wir haben den Stadtstart Dragon irgendwas erreicht. Bleib doch stehen. Unhöflich. Einfach weiter gehen. Okay. Jetzt. Wahrscheinlich kann ich hier jetzt nach dem nächsten. Labyrinthian ist das nächste. Ähm. Ich will aber erstmal zum nächsten Handelsteil. Ähm. Im Süden. Danke. Das hier vielleicht? Nein. Da. Uh. Ich glaub das übergehe ich einfach am besten. Ich weiß ja nicht. Vielleicht sterbe ich wenn ich da reingehe. Nicht cool. Eine Alchemistin. Das hier. Schaut mir. Ja. Das hier. Finde ich blöd. Ich weiß ja noch gar nicht was die Sachen sind. Ich. Ah. Ich habe ja gar kein Geld um das zu identifizieren. Ich brauche erstmal Geld. Okay. Wie viel Geld habe ich denn? Gold. 2000. Okay. Okay. Ein bisschen was hätte ich. Ähm. Die Langschwerter verkaufe ich so oder so. Weil sie vom Schaden her nicht wirklich groß sind. Das war es aber auch schon von den Waffen her. Ja. Sonst noch was? Ne. Das war es. Also nur die zwei Langschwerter mal verkaufen und dann geht es zum Magier. So. Langschwert. 7500 f. Geil. So. Und das zweite Langschwert. 461 nur leider. Gut. So. Und jetzt die Magiergilde. Wo ist die Magiergilde? Stehen bleiben. Jetzt lächst's. Nein. Die ist ja doch irgendwie durchgegeben. Öffnen. So. Wo ist die Magiergilde? Südosten. Danke. Das ist jetzt aber nicht, oder? Ne. Das ist ein Tempel. So. Südosten. Wie sieht das? Ne. Da muss irgendwas... Da muss irgendwas... Oh. Irgendwas großes müsste das sein. Ne, oder? Toll. Ne Falle rein. Gelatscht. Äh. Das hier ist wieder ein Tempel. Hallo. Mist. Das da könnte sie sein. Oh. 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 Nein. Ist wahrscheinlich nur ein Gebäude. Ist ein Baum. Toll. Heiß nö. Ihr geblieben. So. Wo ist die Magiergilde? Im... Nordosten. Okay. Okay. Nordosten. Magiergilde. Ah. Das hier. Das hier ist es bestimmt. Das Haus sieht schon so komisch aus. Das muss es einfach sein. Man kommt auch nicht mal rein. Jaha. Magiergilde. So. Wo bist du denn Magier? Da ganz vorne. So. Detect the magic please. Fangen wir mal mit dem Marks an. 102 Gold nur. So. Und... Noch eine. 127 Gold. Das geht ja noch alles. So viele Marks wie wir haben. 705. Oh. Das ist schon ein bisschen teuer. Äh. Haben wir dann bestimmt viel Auswahl. Vielleicht kriegen wir ja mal was Gutes. 315. Und... Mark of Healing. Wie geil. Da haben wir schon mal was geiles. was ist... Äh. Den Ring. 851. War nicht gerade billig der Ring. So. noch was. Äh. Der Kristall. 300. Da geht. Detect. Magic... ... die Bracers. 504 ist auch nicht wirklich billig. Aber noch können wir es uns leisten. Nochmal Bracers. 476 haben wir auch noch. Das Geld. Belts. 93 nur. Die Belt hatte glaube ich auch nur minus 1, oder? Draven Belt. Oh ne. Die hat schon 37 für den Torque. Ich glaube das war es, oder? Die ganzen Potions haben wir auch noch. Vier Potions haben wir glaube ich noch. Die holen wir uns noch schnell. Hier. Segen Gold. Da ist das nächste. 12 Gold. Und... Zack. Wieder 12 Gold. So, eins noch. Dann sind wir hier fertig mit dem Magier. 50 Gold. Das war schon garantiert irgendwas. Ja, schauen wir mal. Jetzt sehen wir jetzt mein Nachbar auch wirklich alles haben. Es dürfte nichts Blaues mehr da sein. Jo. Jo. Steff-Piece. Ach, ja. So, bloß nicht fallen, dass es nicht Steff-Piece ist. So, danke Magier. Du hast meinen guten Dienst erwiesen. So, jetzt muss ich... So, jetzt muss ich... Ja, da komme ich nicht vorbei. Nein. Wieder ein kurzer Leck. So, wo ist denn hier der nächste Händler? Nein. Store. Im Norden. Okay. Danke. Ah, komme ich wieder nicht vorbei. Das hier, oder? Nein, das ist ein Inn. Jo, da könnte man eigentlich auch... Nee, erst... Wenn man schlafen, ist die Zeit wieder vorbei. Also dann wird es wieder... Äh, Nacht wahrscheinlich. Verkaufe, ich weiß gar nicht was, obwohl es entscheide ich eh wieder. So halt. Ähm, Wonderlite wird verkauft. Wir haben ja die Marken auf Healing. 257 Gold. Jo, das geht schon. Sanctuary, äh... Ja, ich hebe mir trotzdem die of Healing auf. 318. Wahrscheinlich würde mich das heilen. Passwall, keine Ahnung. 1762, geil. Wird verkauft. So, Mark of Shocking kommt auch weg. So, dann... Presses of Wonderlite oder Sanctuary. Heben wir uns... Sanctuary auf. Wonderlite macht wahrscheinlich Licht. Könnte sein, ja. Egal. Hm... Heben wir uns Ring of Stamina auf. 2220, geil. So, noch was. Ne, das war's. Nochmal sicher gehen. Mark of Healing. Breaths of Sanctuary. Wie job, das war's. Wie job, das war's. 12.000 Gold, geil. Schauen wir mal, vielleicht hat er was cooles zum kaufen. Waffen. Silber... Silberkampfachs des Glücks. Für 1100 Gold. Langbogen... Of... Langbog. Of... Anderin. Ah! Ich glaub, die kauf ich mal. Die beiden. Den hier auf jeden Fall. 320. So, und... Ja, Silberkampfachs des Glücks, kauf ich auch mal. Und dann vergleichen wir jetzt mal. Sind 2 bis 16 mit plus Glück. Und hier mal... Oh, nee. Echt nicht. Besser... Lehm aber auf, oder? Jo. Da verkauf man den Langbogen und die Silberachs wieder. Da! Da!